Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einer Review von einem Set von AliExpress ohne einen genannten Hersteller. Und das hat wahrscheinlich auch seinen Grund, denn als ich diese Tüte jetzt hier bekommen habe, dieses Set hat mich übrigens 12 Euro gekostet, ist sofort mein geklautes Mockradar angesprungen. Und leider hatte ich auch recht. Ich habe aber die Anleitung vom originalen Mock auch noch gekauft. Dabei handelt es sich um die 902.1.1, einen schwarzen Volkswagen MK1 GTI. Ich finde es immer noch richtig, richtig kacke, wenn Mocks geklaut werden. Also wenn ihr dieses Set kauft, so mache ich es immer, dann kauft euch bitte auch noch die originale Anleitung von dem Mocker. Denn so ist es dann, als hätten wir einfach nur die Steine gekauft, als hätten wir die Steinezusammenstellung gekauft. Und der Mocker hat auch noch etwas davon. Ich würde sagen, wir machen das Ganze aber auf jeden Fall mal auf. Und auch wenn wir uns diese Tüte hier anschauen, fühlt sich das natürlich wie ein Mock an. Wir haben keine Bauabschnittsunterteilung, sondern es wurden einfach alle Steine in eine Tüte reingeschmissen. Wir haben keine Untertüten. Eben genauso, als hätten wir zum Beispiel auf Rebrick oder ähnlichen Seiten uns die Steine gekauft oder einfach in unserem Bestand zusammengesucht. Wir haben aber auch in diesem Fall eine gedruckte Anleitung dabei. Und die ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben zwar ein dickes Fotopapier und auch die Druckqualität sieht in Ordnung aus. Es ist aber eine Auffaltanleitung. Und wir haben von diesen Blättern gleich zwei Stück. Es wird, wie auch in der Mockanleitung, es ist ja leider ein geklautes Mock, nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt. Neue Sachen werden grün umrandet und insgesamt haben wir 104 Bauschritte. Ich bin trotzdem auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Mock und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. 52 Bauschritte später und die erste Bauanleitung oder das erste Auffaltblatt haben wir auf jeden Fall hinter uns. 100%ig gleich ist die Anleitung nicht mit der Mockanleitung. Wir haben hin und wieder leicht andere Perspektiven und wir haben teilweise Steine durch andere Steinetypen ersetzt bzw. einfach andere Farben reingebaut. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass das hier ein geklautes Mock ist, denn diese Änderungen wurden nicht vorgenommen, weil es vielleicht eine Doppelschöpfung sein sollte. Dafür ist es zu ähnlich, sondern diese Änderungen wurden irgendwie vorgenommen, weil vielleicht Steine nicht vorrätig waren und ähnliches. Ein was kann ich euch aber schon mal sagen, ich baue ja nach der Mockanleitung. Schau aber hin und wieder auch mal rüber in die Anleitung, die wir dazu bekommen haben, einfach um es zu vergleichen. Und die Mockanleitung ist um Welten, Welten besser als das, was wir hier in gedruckter Form bekommen haben. Also die Anleitung ist wirklich schlecht und es ist schon eine Kunst, einen Mock zu klauen, die Anleitung zu überarbeiten und sie dadurch noch viel schlechter zu machen. Also die Anleitung vom originalen Mock kaufen, das Mock ist natürlich auch in den Kommentaren, lohnt sich hier auch noch doppelt, weil man einmal den Mocker unterstützt und dann auch noch eine bessere Anleitung hat als in dieser komischen gedruckten Form. Hin und wieder muss man leicht umdenken, man kommt aber schnell drauf, wo genau die Änderung ist und dann funktioniert das auch ordentlich. Die Steinequalität ist ganz in Ordnung. Wir haben eine sehr schwankende Klemmkraft, das gefällt mir gar nicht, weil das deutet natürlich schon mal darauf hin, dass die Qualitätskontrolle nicht die beste ist. Aber bisher haben wir keinen Totalausfall, also es hält alles so, wie es verbaut ist. Vom Aussehen sind die Steine auch okay. Wir haben leichte Kratzer auf den Fliesen, aber ich habe schon sehr viel schlimmere Fliesen gesehen. Angusspunkte sind mir auch nicht so extrem aufgefallen. Also das sind wirklich ordentliche Steine vom Aussehen und von der Verbaubarkeit sind sie auch okay. Von der schwankenden Klemmkraft sind sie in Ordnung. Ich hätte das auf jeden Fall lieber einheitlicher. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und damit steht ja nun auch fertig da unser VW Golf MK1 GTI. Ein richtig, richtig cooles Auto und das ist auch der Grund, warum ich dieses Fahrzeug gekauft habe. Und ganz ehrlich, es war mein Fehler. Ich hätte besser recherchieren sollen, aber ich habe das auf AliExpress gesehen, dachte mir, oh, altes deutsches Auto, richtig cool, das möchte ich haben. Und habe auf Bestellen gedrückt und dann erst zu Hause gesehen, dass es sich dort um ein geklautes Mock handelt. Tja, selber schuld. Ich habe aber schon zu Beginn gesagt, dass ich es nicht verwerflich finde, wenn man so ein Mock kauft, so ein geklautes Mock und dann die Anleitung beim Mocker auch noch kauft. Ich kann hier aber schon mal sagen, ich kann nur davon abraten. Denn die Steinequalität ist gegen Ende nochmal ein ganzes Stück schlechter geworden. Auch die großen Fliesen sind wirklich sehr schlimm zerkratzt, sehen teilweise nicht gut aus. Ich habe eine falsche Teilewahl dabei, farblich, sodass es am Ende nicht wirklich gut aussieht. Und deshalb, wenn ihr dieses Mock bauen wollt, denn das sage ich auch vorneweg, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dann holt euch doch gern dieses Mock und besorgt euch die Steine selbst. Aber dieses Set, in Anführungsstrichen, beziehungsweise geklaute Mock, kann ich nicht mal unter den Gesichtspunkten empfehlen, dass man dann die Anleitung noch kauft. Bevor wir uns aber noch die Probleme anschauen, die jetzt noch steinequalitätsmäßig aufgetreten sind, schauen wir uns doch das Fahrzeug an sich an. Und wie gesagt, das Aussehen dieses Fahrzeugs verdanken wir dem Mocker, nicht dem Hersteller dieses Sets. Das Einzige, was mich aussehensmäßig wirklich stört, was aber auch sehr schwierig zu verändern wäre, ist dieser Winkel hier. Denn wir sehen hier ja die Noppen durch und das sieht einfach nicht so gut aus. Wir sehen ja auch noch hier die Aufnahmen, auch das sieht nicht ganz stimmig aus. Ich kann aber darüber hinwegsehen bei einem Mock. Wenn wir uns das von vorne anschauen, dann sieht man direkt den Golf GTI raus. Da vielleicht noch ein Volkswagen-Zeichen selbst drauf kleben, dass man sich selber stellt und druckt. Und das ist ein richtiges Brett. Von der anderen Seite sieht es natürlich genauso aus wie von links. Aber auch von hinten gefällt mir das Mock sehr gut. Hat auch ein wenig etwas von einem Rennen. Renault Clio, aber trifft für ein Mock und die Größenordnung eines Achten um Speed Champions, den MK1, auch sehr gut. Von der Grundform sieht man es wohl, aber in diesem Winkel hier am besten. Die Mock-Anleitung hat mir sehr gefallen. Die Anleitung dieses Sets leider nicht. Darüber haben wir schon gesprochen. Und wie gesagt, ich hatte auch Steine Probleme. Wir haben hier einige Steine, die wirklich sehr, sehr knapp nur halten. Die auf einer Noppe halten. Das wäre mit besseren Steinen kein Problem. Mit diesen Steinen kann das aber dann auch schnell mal abfallen. Auch haben wir, wie gesagt, eine falsche Teilewahl im Set. Und das sehen wir, wenn ich das Dach abnehme, sofort. Hier haben wir diese getönten Scheiben, wie sie auch im Mock sein sollten. Und dann haben wir hier auf einmal die klaren Scheiben. Das sieht nach nichts aus, wenn man es so zusammen reinpackt. Und wenn die Steine schon echt schlecht wurden hinten raus und dann auch noch so ein Fehler drin ist, dann kann ich das schon mal nicht empfehlen als Steinespender, um das Mock zu bauen. Und wenn dann noch Fehlgüsse dazukommen, wie in diesem Fall hier, dann wird es ganz bitter. Und dann sollte man es sich auf jeden Fall überlegen, wenn man dieses Mock bauen möchte, sich die Steine anderweitig zu besorgen und das hier zu umschiffen. Hier seht ihr auch nochmal den minimalistischen Innenraum. Den finde ich aber sehr gut getroffen. Und sehr viel mehr kann ich fast nicht dazu sagen. Der Punkt bleibt gleich. Als Mock kann ich es euch empfehlen. Schaut gerne in die Beschreibung. Aber diese Set-Variante als geklautes Mock geht moralisch meiner Meinung nach nicht in Ordnung, wenn man die Anleitung dann nicht noch nachkauft. Es geht von der Steinequalität nicht in Ordnung. Am Anfang hat es gut angefangen, hinten raus hat es aber sehr nachgelassen. Es geht von der Steinewahl nicht in Ordnung, weil hier einfach falsche Steine drin sind. Ich meine, man kann natürlich ein paar Sachen leicht umändern, wenn es einem gefällt. Aber hier hinten die falschen Scheiben, das ist dann doof. Und wenn da noch Fehlgüsse dazukommen zu den anderen Qualitätsproblemen, dann ist das einfach leider kein guter Teilespender. Und deshalb für das geklaute Mock auf AliExpress auch keine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich das Mock selber gebaut habt oder vielleicht dieses Set von AliExpress selbst gekauft habt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es auf AliExpress gekauft habt, wenn ihr den Mocker nochmal unterstützt und seine Arbeit zu schätzen wisst, dass er diese Anleitung hier gezaubert hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir mal gerne einen Daumen nach oben und einen Abo-Daumen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Weddybrick.